Fans von Bob Dylan könnten dieser Tage ein besonderes Werk des US-Folkmusikers erwerben. In Kalifornien wird Dillans handgeschriebener Text zum Song Lay Lady Lay versteigert. Das Auktionshaus rechnet mit einem Preis um eine Million Dollar. Der Song repräsentiert ganz großartig die amerikanische Popkultur. Überall auf der Welt kennen und lieben die Menschen Bob Dylan. Er ist 80 Jahre alt und ist immer noch in Bewegung, immer noch relevant und immer noch sehr sammelwürdig. Und das ist es, wonach die Leute suchen. Die seltenen Stücke wie dieses Lay Lady Lay, dieser berühmte Song, den Bob Dylan uns geschenkt hat.